Der neue österreichische Gesundheitsminister hat bei seiner Angelobung weiße Sneaker getragen. Damit wollte er wohl ein Statement setzen, allerdings sind ihm da zwei Fehler unterlaufen. Denn wenn man schon so ein Statement setzt, muss die Körpersprache dazu stimmen. Bleib dran, in diesem Video erfährst du, was es mit solchen modischen Statements auf sich hat und was du unbedingt dabei beachten musst. Also er kommt rein in der Hofburg zum österreichischen Bundespräsidenten und es fällt sofort auf Anzug ohne Krawatte und weiße Sneaker. Ja, das haben wir natürlich von Joschka Fischer vor Jahrzehnten schon gesehen. Damals war das nur ein lautes Statement. Heute ist es eigentlich nur mehr ein Lüfterl, wenn wir schauen, wie sich die Mode mittlerweile gelockert hat, wie sehr wir Dinge einsetzen können, auch im Business-Bereich. Und ohne Krawatte aufzutreten, mit Verlaub, damit holt man heute wohl keinen Hund hinterm Ofen mehr hervor, wie leben in einer YouTube-Gesellschaft. Also wenn er damit ein Statement setzen wollte, so etwas wie, ich ordne mich den Normen nicht unter, ich bin nicht konformistisch, das wird wohl zumindest ein Teil seiner Intention gewesen sein. Da muss man dazu sagen, das ist ein bisschen oberflächlich. Das ist nämlich sehr laut schreiend, das kommt mir immer so vor wie die amerikanischen Präsidenten, die ihre Krawattenfarbe nach der Parteizugehörigkeit wählen, nämlich Republikaner, Rot, Demokraten, Blau. Aber das geht noch, weil das ist nur eine Krawatte. Wirklich zäh wird es dann, wenn die Sozialdemokraten mit roten Accessoires, vor allem roten Koffern daherkommen. Ja Leute, das wirkt ein bisschen wie Kaufhaus-Mode oder Kaufhaus-Statements, wo die Dinge dich so anschreien. Jetzt nicht dieses Nobel-Kaufhaus, eher so dieser Ramschladen, muss ich sagen, so wie ein bisschen Camp David. Natürlich könnte man das Statement auch auf eine andere Art verstehen, vielleicht wollte er da Sportlichkeit, Agilität, Leichtigkeit vermitteln. Da ist die Farbe weiß natürlich gut, muss man insgesamt sagen. Aber Leute, da sind ihm eben die Fehler passiert. Nummer eins, wenn du Leichtigkeit und Lockerheit und weiße Sneaker tragen willst, ist das voll erlaubt, aber da muss der Anzug dazu passen, Leute. Du kannst nicht einen so weiten, schlabbrigen, faltigen Anzug tragen und meinst, weil du ein paar Sneaker unten ran pappst, wirkst du schon sehr locker und leicht. Das ist Fehler Nummer eins. Also Leute, glaubt nicht, wenn ich sehr bieder, sehr mit schlechten Schnitten durch den Alter gehe und mir einen Schal umhänge, dass damit schon dein ganzes Äußeres wirklich besser wirkt. Also wichtig ist immer, das kann ich nur dazu sagen, es hat stark mit der Körpersprache zu tun, achte auf die Schnitte. Das ist wichtiger, als ob der Stoff jetzt wahnsinnig teuer ist. Wenn die Kleidung zu labrig, zu weit ist, dann kann man nämlich die Konturen deiner Bewegungen nicht mehr gut erkennen und alles wirkt immer schwerer. Das muss dir ganz, ganz klar sein. Das ist der erste Fehler, der ihm unterlaufen ist. Also mach das nicht. Eine Sache, um zu glauben, das verändert dein ganzes Äußeres. Und Nummer zwei, und das ist noch viel wichtiger, ist sein Gang. Wenn wir schauen, wie er geht, ja Leute, also nicht böse sein. Wenn du glaubst, locker und leicht zu sein und du kommst mit so einem Gang daher. Also ehrlich, ich weiß nicht, ob Wolfgang Mückstein sportlich ist oder nicht. So genau habe ich mich noch nicht mit ihm beschäftigt. Aber wenn er sportlich ist, dann wirkt es nicht so, als würde er einen Sport der Leichtigkeit machen. Das wirkt schon eher so wie ein Rugby-Spieler oder ein Gewichtheber. Und damit tue ich ihm hoffentlich nicht Unrecht. Aber wenn er schon so ein Statement setzt, dann muss er natürlich auch damit rechnen, dass man sich genauer damit beschäftigt. Das gilt auch für dich, wie ich schon gesagt habe. Die Schnitte der Kleidung müssen zu einer Leichtigkeit passen. Aber vor allem muss auch die Bewegung zu einer gewissen Leichtigkeit passen, wenn du weiße Sneaker anziehst. Insgesamt muss ich also sagen, wenn Wolfgang Mückstein diese weißen Sneaker als Statement des Non-Konformismus, des Aufbruchs, der Leichtigkeit vermittelt, dann hoffe ich, dass bei seiner Politik er nicht an der Oberfläche bleibt und glaubt mit ein paar kosmetischen Dingen, wo er vielleicht kurzfristig Presse bekommt, schon die Dinge verändert, sondern dass er die Dinge dann wirklich zu Ende denkt, dass sie inhaltlich auch so Sinn machen, dass sie auch beim zweiten, dritten und vierten Mal hinschauen noch stimmig sind.